So, jetzt habe ich das Ganze neu starten müssen. Herzlich Willkommen. 24-7-Pras. Ich werde unserem Namen gerecht. Und zwar rund um die Uhr, Pras. Heute, der 16. Tag. Ich hoffe, das funktioniert. Ich mache es jetzt einfach. Dann sehen wir eh hinten auch. Ups, Labe. Gut. 24-7-Pras heißt natürlich nicht nur 14, 15, 16 Tage sich mit dem Blechblaseninstrument zu beschäftigen, sondern meine Coaches und ich befassen uns seit Jahrzehnten mit dem Thema. Und das ist auch der Grund, warum ich mich da jetzt hinsetzen kann und dir was vorstellen kann. Und zwar die Möglichkeit biete dir an, die auf deinem Blechblaseninstrument zu verbessern. Denn, klingt zwar komisch, aber Üben kann auch bedeuten, dass man sich weiterentwickelt. Das heißt, man kann üben und sich trotzdem weiterentwickeln, wenn man weiß, wie man richtig übt. ich habe jahrzehntelang falsch übt und deswegen habe ich mich nicht weiterentwickelt. Und dann 2015 hat mir der großartige Bo Nielsen in Schweden oben gezeigt, wie man ein Blechblaseninstrument spielt. Von Null an. Und dieses Wissen möchte ich dir jetzt weitergeben. Wir haben uns gestern beschäftigt mit dem ersten Ton. Diejenigen, die das nicht gesehen haben, bitte nachschauen, weil der erste Ton ist die Basis. Ohne den ersten, freien, richtigen Anfangston ist es recht schwierig, zweiten, dritten Ton beziehungsweise eine Melodie draufzubauen. Heute stelle ich dir vor, wie die Übungen ausschauen. Es geht nicht unbedingt um die Übungen, sondern die Neuheit dabei ist, um die Erklärung geht es. Die Übungen sind die Übungen von Clarks, dem Colleen, Arban, Schlossberg. Und warum? Habe ich meine Methode auf diese Übungen aufgebaut? Ganz einfach, weil sie sich bewährt haben. Jahrzehnte, teilweise über 100 Jahre bewährt. Auf der ganzen Welt werden die gespielt. Und das war natürlich ein guter Grund, die Methode drauf aufzubauen, weil jeder Blechbläser auf der ganzen Welt, egal wo du hinkommst, spielt diese Übungen, kennt diese Übungen. Und eben, wenn du das gesehen hast, vor zwei Tagen, die Reise nach Venezuela, auch dort spielen sie es. Und wir sind eben in diesem Archipelago Musikpädagogik-Ensemble, haben die ganze Welt bereist, überall werden sie gespielt. Nur, der springende Punkt ist, nicht jeder weiß, wie man sie richtig spielt. Und da war der Bo Nielsen natürlich der optimale Ansprechpartner, weil der hat direkt von Stamp gelernt. Also der hat das direkt aus Arsch der Hand weitergeleitet bekommen und hat es uns weitergeleitet. Und die Leute jetzt hier weiter. So, das heutige Thema ist das 30 Minuten Workout für Blechbläser. So könnte man es betiteln. Das ist der dritte Band dieser Basebook-Serie. Und wenn du schon länger spielst, dann glaube ich, dass das der richtige Band ist. Kann aber sein, dass ich total falsch liege. Es kann auch der zweite Band sein. Jedenfalls den dritten Band stelle ich dir vor. Die 30 Minuten Workout, es ist nicht, jedes Kapitel ist ein bisschen anders. Das kann auch einmal 45 Minuten dauern, aber so zwischen halber Stunde und dreiviertel Stunde. Der Punkt ist der, die Übungen sind nicht so lang, dass sie die überfordern, aber sie sind so lang, dass du die weiterentwickeln kannst. Und die Weiterentwicklung ist das Allerwichtigste auf dem Instrument. Wenn du immer noch spielst, wie vor fünf Jahren, und sich dein Spielgefühl nicht verändert hat, wenn es nicht leichter geht, wenn du dich nicht wohler fühlst, wenn irgendwie das gleichblieben ist, dann machst du was falsch. Und ich sage dir jetzt, vielleicht liegt es auch an der Luft. Heute geht es nämlich darum, die Luft während den Naturtonbindungen. Ganz ein schwieriges Thema und machen viele falsch. Vielleicht entdeckst du die da wieder. Was du da brauchst für den Technik-Check, ist nur dein Mundstück. gut. Wie die Basebooks aufgebaut sind, im Groben, kann ich dir da zeigen. Das seien eben die vier Bände. Es geht vom ersten Band bis zu den Übungen von Clarks, dem Colleen. Und der erste Band ist nur Anfängerschule. Reine Anfängerschule, die Anfängerschule vor der Anfängerschule. Was das bedeutet, erzähle ich dir einen anderen Tag. Der zweite Band, da lernt man Glissander, Halbtonbindungen, Ganztonbindungen. Warum ist das wichtig? Und zwar die Halb- und Ganztöne, also Halbtonbindung, deswegen zu ersch zu lernen, weil es den physikalisch geringsten Widerstand bietet. Das heißt, bevor ich eine Naturtonbindung spiele, ist es sinnvoll, richtig eine Halbtonbindung zu lernen. Viele wissen nicht, wie eine richtige Halbtonbindung klingt, das haben wir gestern besprochen. Ohne das Wissen weißt du nicht, in welche Richtung du üben sollst und dann wäre es auch schwierig. Der dritte Band ist seine Naturtonbindungen und der vierte Band, der geht wirklich dann in die Technik. Die erste Hälfte des vierten Bandes ist nur eine leichtere Form von Clark. Die zweite Hälfte vom vierer Band ist dann wirklich sein Übelprogramm Clarks, der Kolin Arban Schlossberg. Dritte Band Naturtonübungen. Also es seien so, dass diese alle vier Bände, das ist aufbauend und es gibt in jedem Band Kernübungen, die zu erfüllen sind. Das heißt, eben im zweiten Band, das sind Übungen, die sind mit einem Augenbutton gekennzeichnet. Man hat das ganze Buchzeit immer wieder an diesen Übungen zu arbeiten und wenn man es schafft, dass man diese richtig umsetzt, dann kann ein Fortschritt garantiert werden, weil man es eben richtig umsetzt. Der Heid, Entschuldigung, dass ich da jetzt kein Webcam dabei habe, aber das hat jetzt beim wieder starten, leider da hat es mir das rausgehauen. Da, jetzt starten wir eine kleine Däuse dabei, sehr schön, und zwar der dritte Band, sehr schönes Titelbild, gemacht vom Ostiroler Künstler Hans Alcher, weil ihr Trompetenspiel, Blechblasinstrumentspiel ist auch eine Kunst und deswegen passt das ganz gut, wenn da vorne sowas drauf ist, war mir sehr wichtig. Ja, Vorwort, da erkläre nur, dass es wichtig ist, manchmal seine Richtung zu ändern beim Üben und ja, ich bin eigentlich erstaunt, warum niemand auf die Idee kommen ist bis jetzt, diese Übungen herzunehmen und diese zu vereinfachen, aber gut für mich und gut für dich, weil diese Möglichkeit, die Übungen erklärt zu bekommen mit Hilfe von Videos oder mit dem 24-7-Press-Coaches einzigartig für dich als Hobbybläser. Da die, auf der linken Seite sieht man diese Icons, die sind deswegen so gewählt, also mitunter ein Grund, weil die Kinder immer früher anfangen, ein Instrument zu lernen und manche gibt es wirklich, die mit 4, 5 Jahren anfangen, das heißt, die sind nach 3 Jahre davon entfernt, dass sie überhaupt lesen können und das ist dann recht einfach, wenn sie einfach sehen, zum Beispiel das dritte, das pinke, da ist eine Lippe, das heißt, sie wissen, das ist Passing zu spielen oder oben mit Metronom. Metronom ist mir auch wichtig, Übungen mit Metronom zu machen, es sind meistens nur die Fingerübungen, die Trockenübungen mit Metronom, weil erstens, dass es genau ist und zweitens hat der ganze erste Button zum Beispiel immer nur den Grundpuls von 60 und das ist nicht schlecht, wenn man so einen Grundpuls hineinbekommt in so einen Körper, okay? Ich erkläre da jetzt gar nicht weiter, die Buttons, weil die eigentlich selbsterklärend sind, nur das erste erkläre ich dir, das ist das Dies, das Dies ist ein Hilfsmittel, was zur Methode gehört und zwar kann ich da wirklich selber kontrollieren, ob ich die Systeme Luft und Finger trenne, weil ich habe als Lehrer immer wieder gesehen, dass Kinder und auch Jugendliche, also Schüler, wenn sie zum Beispiel was spielen und dann sehen sie einen höheren Ton, dann ändert sich manchmal die Luft Ändert sich der Luftstrahl, nur weil sie höher an höheren Ton sind, das heißt es ist so falsch eingespeichert und heute kommen wir genau zu solchen Naturton Bindungen und da kannst du überprüfen wie es bei dir eingespeichert ist. Die rechte Seite, das ist das Wichtige, das heißt diese sind die Kernübungen des dritten Bandes man sieht eben das Augenbutton das Hauptaugenmerk muss auf diese Übungen gelegt werden und wenn man die richtig absolviert wenn man an diesen Übungen arbeitet und die gibt es in jedem Band im ersten, zweiten und dritten Band und vierten Band dann hat man die Chance dass man sich am Instrument auch weiterentwickelt und das sollte auf alle Fälle das Ziel sein. Gut, ich stelle euch heute vor wie das ausschaut. Das heißt ich gebe einen kurzen Einblick ich mache auch Kernübungen vielleicht mache ich zwei aber einmal auf alle Fälle des Augen die Kernübungen Auge sage ich dir dass du dir vorstellen kannst wie da mit dem wie in der Methode gearbeitet wird. Dann starten wir gleich rein wie gesagt diese Methode ist chromatisch aufgebaut die Chromatik verwende wie die Buchstaben in einer Sprache wenn ich die Buchstaben kann dann kann ich alle möglichen Kombinationen zusammensetzen ich kann Wörter machen ich kann Sätze bilden ich kann Geschichten schreiben ich kann Bücher füllen und genau so ist es in der Musik auch morgen zeige ich dir wie die Chromatik eingebaut wird wie das Facebook arbeitet welche Idee dahinter steckt wie man Sachen programmiert wie man Sachen abspeichert wie man Talent fördert eine große Sache ist dass man einen komplexen Sachverhalt zerlegt strukturiert ordnet und einspeichert das machen wir morgen genau und da sieht man natürlich chromatisch und auch von der Mitte ausgehend also der Start die Grundeinstellung von der Lippe ist ein G1 und da sieht man gleich auf der linken Seite startet jetzt zwar mit dem F E Fis Dis E es geht immer auseinander das heißt in der Mitte beim G startet man und dann wird der Ton umfang nach oben und nach unten ausgebaut da ist noch ein Überbleibsel das Elefant Elefanten Icon ist recht neu für dich und zwar ist das wie ich im Überblick erklärt habe im zweiten Band ist ganz wichtig dass man das Glissando lernt und das ist noch so Hybrid also da ist ein bisschen Glissando und dann sind aber schon richtige Töne in der Mitte dann ist es Bending Bending habe ich gelernt vom Malte Bober wo ich vor kurzem war nicht zu lang machen gibt die Chance dass man sich hinten verkrampft habe ich noch nicht erlebt aber wenn das der Malte sagt dann hat er da sicher Erfahrung dahingehend und dann auf der rechten Seite Übung C genau Übung D vielleicht machen wir die Übung D mit das heißt du nimmst dein Mundstück ich nimmst dies weil das ein bisschen besser den Luftstrom simuliert Mundstück ist fast zu groß also es gibt auch die Möglichkeit dass man ins Mundrohr durchblast aber da ändert sich für mich der Luftstrom zu viel und da bei der Übung D geht es jetzt nur darum vielleicht für dich wirklich zu sehen aber du kannst natürlich das Mundstück verkehrt nehmen du blast durch und stellst dir ganz fest vor du würdest diese Übung D jetzt spielen jetzt ist die Frage fühlt sich das wirklich so an spürst du den langen Seufzer und schaffst du das dass du diesen langen Seufzer auch drüber ziehst wenn du deine Finger bewegst oder ist es so dass du dir eine portionierte Luftführung angeeignet hast und du willst ganz kurz bevor dieses Hark hin bevor der Finger sich bewegt die Luft stoppen sowas es soll aber sein die zwei Systeme müssen getrennt voneinander arbeiten das heißt die Luft muss weitergehen obwohl ich meine Finger bewege das ist vielleicht ein Hinweis für die wenn dein wenn du dir da was falsches eingeübt hast und die Chance ist wirklich relativ hoch dass du am Anfang deines Instrumentenspiels dir was falsches eingeübt hast weil du müssen zu viele Dinge funktionieren auf Anhieb und wenn du nicht separat voneinander trainierst dann ist die Chance hoch dass da irgendwelche Fehler passiert sein und das ist auch der Grund warum du dich nicht verbesserst trotzdem du übst da ist eine Abänderung von Arban der ist nicht so interessant da der dritte Band wie wir gesagt haben das ist 30 Minuten Workout man sie geht also das zum Beispiel ist ein bisschen eine längere Angelegenheit das dauert auch länger mit den Variationen die wir haben aber zum Beispiel das allererste was man da gesehen hat das dauert nicht lang man kann den natürlich auch kombinieren das heißt das heißt ja nicht dass ich nur ein Übelprogramm spielen darf pro Tag wenn ich mehr Zeit habe dann spiele natürlich zwei oder drei sein tut so es sind insgesamt neun Kapitel die verschiedene technische Dinge abdecken und ich wollte es nicht sagen aber ich muss es fast sagen ich habe gestern bis tief in die Nacht hinein mit dem Kuhen Markus ein Interview geführt wir haben einfach über das Trompetenspielen gequatscht es war irrsinnig nett wir haben dreieinhalb Stunden haben wir uns ausgetauscht und es war echt spitzenklasse und übrigens diejenigen die den Videokurs gekauft haben weil im Moment gibt es den ja um unverschämt billig um fast 40% vergünstigt da ist der erste Teil des Interviews schon drauf das heißt ihr habt natürlich das recht vorher zu sehen und das ganze zeige ich auf keinen Fall also es ist alles dann im Videokurs bei dem Bonus Material dabei und sehr interessant der Kuhen Markus ist einer der besten Trompeter Tirols ist Solo Trompeter in St. Gallen warum mir das jetzt eingefallen ist weil was er gestern gesagt hat was ihm bei der Methode gut gefällt ist dass es so von verschiedenen Richtungen kommt und er hat es gut beschrieben wie zum Beispiel früher ein Abfahrer oder Skifahrer ist einfach Ski gefahren später hat man das dann ausgeweitet dieses Training und man hat Geschicklichkeits Übungen gemacht die haben zum Beispiel auf die Slack Lines gehen müssen oder auf Medizinbälle dass sie einfach noch schnellere Reaktionen bekommen und dass sie wenn sie dann aus dem Gleichgewicht kommen einfach die Chance haben zu überleben quasi in dem Fall und das ist wirklich das trifft sehr gut wie ihr das erkannt hat dass diese Methode einfach von vielen Seiten her arbeitet da geht es nicht nur um die Töne sondern diese Methode greift wirklich in das Spielsystem ein und vereint auch die neuesten Erkenntnisse wie man lernt und das ist Thema Morgen sehr interessant vor allem für Lehrer sehr interessant genau jetzt kann sein dass fließenden Luft dass das vielleicht nicht ganz im Reinen ist das nächste Beispiel da geht es um Naturton Bindung und deswegen lachen dich auch so viele Augen Buttons an weil an diesen muss man wirklich arbeiten und zwar wenn man zum Beispiel die Übung C hernimmt erlebe ich immer wieder wenn die Luft Führung falsch ist und das kannst du vielleicht denk nach wie das bei dir ist wenn du eine Bindung spielst eine Naturton Bindung kommt sie zu der Zeit wo du willst ist es wirklich so dass es oder ist verzögert weil wenn es verzögert ist dass es so ganz kurz und dann erst kommt dann ist ein Fehler das muss wirklich wie Pfeifen sein es muss wirklich umschalten ich habe keine bessere Erklärung gefunden wie ein Kippschalter es muss wirklich von einem Ton direkt in den anderen umschalten da fällt mir ein wie du es kontrollieren kannst es gibt so auf die Handys diese Aufnahme Funktion und da sieht man dann schön so stricheln und wenn du eine Bindung machst und es kurz unterbricht und dann kommt es wieder ist falsch also es muss wirklich der Luftstrom durchgehen und viele machen genau an der Stelle wo man den Luftstrom am dringendsten braucht einen kurzen Cut dann steuern sie vielleicht mit der Lippe nach und dann kommt der Ton wieder also es muss wirklich durchgehen das muss das Gefühl wenn du jetzt machst genauso sein wie Pfeifen zu mir hat der Boi immer gesagt das wie Pfeifen und ihr verstanden okay Pfeifen ja verstehe aber ihr habt nicht kapiert dass es wirklich genauso ist es muss genauso sein da konstante ruhig die Luft konstant die Zunge schaltet die Töne um so und jetzt auf der rechten Seite das ist auch ein Zeichen wenn du das einmal probieren willst wie gut deine Technik ist wenn du so richtig schnelle Naturton Bindungen spielen kannst dann ist die Technik gut weil man kann das sehr gut mit der Lippe eintrainieren aber nur bis zur gewissen Geschwindigkeit wenn es richtig schnell sein soll dann und deswegen probiere das durchaus schnell zu machen dann merkst du ob das richtig ist und jetzt spiele dir genau diese Übung D und E vor weil bis jetzt hat es die Möglichkeit nicht geben der Erklärung wenn du jetzt denkst an deine Instrumentalschulen die du gemacht hast Händchen klein was immer gibt irgendwelche Lieder da drin aber es ist nie erklärt worden wie das wirklich klingen muss und das aller wichtigste ist dass man hört wie es richtig ist weil ein großer Teil des Lernens ist die Imitation das Nachmachen vor allem bei Kindern bis zwölf sagt der Malte hat er sicher recht aber auch für die du musst ja wissen in Klang wo muss das hingehen wo nach was orientiere ich mich und deswegen da ist erstens erklärt da hörst du wie es klingen muss und zweitens ist erklärt ja hocht das am besten an ich hoffe das ist da der drei einstiege muss sich im bauch bereich gleich anfühlen hast du bei den höheren einstiegen das gefühl dass es eine stufe höher ist oder du einen großen schritt nach oben machen musst entwickelst du zu viel falsche körperspannung vor dem ersten ton suche das gefühl des fein lassens über die ganze übung hindurch erst wenn die schnelle wiederholung so klingt wie im folgenden beispiel stimmt deine technik um deine zunge in eine gute start position zu bringen kannst du dir entweder ein key denken bevor du startest oder du schreist so laut und hoch wie möglich beobachte beobachte wie sich nur dein mundraum ändert wenn du diese übung mit dem tee spielst mimik und luft verändern sich nicht wenn du die übung vor dem spiegel pfeifst solltest du den gleichen effekt bemerken keine veränderung der gesichtsmuskulatur 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 wieder retour da eine sekunde jawohl hat gut hingekommen so und jetzt kannst du dir vorstellen das ist die neuheit für die das heißt vorher hat es nicht gegeben da stehen einfach übungen und du spielst sie wie du sie spielst jetzt die Möglichkeit zu hören wie klingt das und noch mit Anleitung so wie er gesagt hat jetzt bei der Einstieg wenn du jedes Mal wenn du das Gefühl hast das ist überhaupt ein Indiz wenn du das Gefühl hast wenn du einen höheren Ton spielst das ist wie eine Stufe nach oben dann ist irgendwas falsch das soll wirklich das ist gleich hoch es ist nur die Zungeneinstellung anders das sind so Dinge die die zu beachten sein jetzt ist ganz wichtig es ist immer wichtig auf die Mama zu hören und die Mama hat gesagt du zorgst viel zu viel du darfst nicht alles herzagen und sie hat vollkommen recht das heißt das bleibt ja nichts mehr übrig Spannendes das soll ja eine Suche sein eine Reise um die zu verbessern das Einzige was ich dir jetzt noch zeige ist das da und zwar das ist auch eine Kernübung jetzt schaue ich gerade ob ich das noch da finde und zwar ist das da sieht man sie beim nächsten Kapitel sieht man ganz oft dieses Hirn eingeblendet und zwar zeige ich dir da schon eine kleine Vorausschau für morgen wie die Methode arbeitet und zwar geht es darum wie man lernt und bei mir ist es so gewesen es hat ja nichts funktioniert es hat wirklich nichts funktioniert beim Studium ich bin nicht alle am spielen können und ich habe nicht spielen können jahrelang hat sich mein Spiel nicht verbessert und ich war aber sehr erstaunt als ich dann ausgeholfen habe bei meiner Heimatkapelle frühes Konzert und ich habe dann die Stücke vom Blatt spielen können also ich habe sie nicht gut gespielt gleich schlecht wie immer aber ich habe sie nicht lernen müssen und da ist mir irgendwie aufgefallen da habe ich nachgedacht warum ist das passiert passiert ist darum deswegen weil man natürlich beim Studium ganz viele Sachen gleichzeitig lernt man lernt wie funktioniert der Dreiklang man lernt Intervalle man lernt Musikgeschichte man lernt Tonsatz man lernt alle möglichen Sachen und das spielt herein und das weiß ich jetzt dass das das Myelin stärkt und das Myelin ist für das Lernen verantwortlich und warum ich das jetzt noch zeige ist weil das der Markus gestern erzählt hat der Markus spielt ja mehrere Instrumente und er hat er hat das zum Beispiel von der neuen Methode dass man so lernt nicht gewusst aber er ist ein schlauer Mann und hat das natürlich selber für sich herausgefunden er hat zum Beispiel mir erklärt er spielt Klavier wenn er da einen verminderten Akkord spielt hilft ihm das wenn er das sieht am Klavier und das weiß dann weiß er es auch auf der Trompete und genau nichts anders ist das und jetzt zeige ich dir zum Abschluss mache ich mit dir gleich ein Experiment vom aktiven Lernen wie aktives Lernen funktioniert und zwar dass du wenn du heute eine Tonleiter hast dass du nicht nur zum Beispiel die Griffe weißt wie dir geht jetzt eine F-Dur sondern dass du zum Beispiel die Notennamen benennen kannst dass du die Tonabstände benennen kannst Ganzton Ganzton Halbton Ganzton Ganzton was auch immer und alle diese Sachen spielen hinein um dir das Spielen am Instrument zu vereinfachen und alle diese Tricks und ja Hilfestellungen sind in dieser Methode der Basebooks eingearbeitet Vorher verweise noch auf www 247 brass dot com da hast du die Möglichkeit das sind die drei Möglichkeiten wie ich dir helfen kann dein bestes frühes Konzert zu spielen stell dir vor wie das ist wenn du in zwei Jahren einfach dein entspanntes das bestes frühes Konzert spielst und das ist möglich mit der Hilfe das heißt da gibt es einmal die Serie der Basebooks da kannst du im Shop bei finde deinen Band schauen welches Niveau du hast wo du einsteigen kannst den Videokurs den brauchst du sowieso weil wenn du jetzt im dritten Band einsteigst ist ganz ganz wichtig dass du die Videos des ersten Bandes und zweiten Bandes dir verinnerlichst weil die Fehler passieren meistens in den ersten Unterrichtsstunden und das programmiert der Körper und deswegen spielst du so wie du spielst und das Coaching das ist natürlich die optimalste Lösung das hat es noch nie gegeben für Hobbymusikanten dass die Chance haben beim Hochschulprofessor zum Beispiel zu studieren da gibt es auch Rezessionen da Markus glaube ich kann dir da erzählen da gibt es ein Video wie er das Coaching erlebt hat so und jetzt zum Abschluss zeige ich dir wie aktives Lernen funktioniert und wenn dein Hirn raucht ist das ein gutes Zeichen weil dann werden Verbindungen geschaffen in diesem Sinne bis morgen gut dann bis morgen und vergesst nicht den Videokurs weil das Interview mit Markus ist einfach hervorragend danke nochmal Markus an der Stelle ciao wenn dich zu erlernen durch diese Fähigkeit kannst du wie die Profis stundenlang üben ohne dass du Noten brauchst die Naturtonübungen zum Beispiel kannst du in jeder Variation machen wenn deine Finger die chromatische Tonleiter motorisch einprogrammiert haben weißt du was passiert wenn du ein Ventil auf deinem Instrument drückst wenn du kein Ventil verwendest kannst du nur die sogenannten Naturtöne spielen die Töne dazwischen kannst du mit Hilfe von verschiedenen Griffkombinationen erreichen durch Drücken eines Ventils wird der Weg der Luft verlängert da das Instrument nun länger ist erklingt ein tieferer Ton das bedeutet dass durch Betätigen eines Ventils die Töne nicht höher werden können die kleinste Veränderung wird durch Betätigen des zweiten Ventils bewirkt egal bei welchem Naturton ich starte erhalte ich durch die Verwendung des zweiten Ventils einen Halbton wenn du dir das Bild nochmals anschaust wirst du erkennen dass der Zug des ersten Ventils doppelt so lang ist wie der des zweiten Ventils das heißt diese Rohrlänge bringt mich zwei Halbtöne oder anders gesagt einen Gunstone nach unten das dritte Ventil ist genauso lang wie das erste und zweite gemeinsam also einen Gunstone und einen Halbton mit diesem Wissen kannst du dir nun ausrechnen wie du alle Halbtöne von dem Naturton G1 bis zum nächsten Naturton C1 auffüllen kannst für diesen Halbton verwendest du das zweite Ventil das erste Ventil beschert dir einen Gunstone erstes und zweites Ventil gemeinsam gedrückt füllt den ein Halbton Abstand einer kleinen Terz zwei Ganztöne lassen sich durch Verwenden des zweiten und dritten Ventils bewältigen das dritte Ventil ist dabei ein ganz und Halbton und das zweite Ventil ein Halbton zwei Ganztöne und einen Halbton lassen sich durch Drücken des ersten und dritten Ventils erreichen erstes zweites und drittes Ventil gemeinsam gedrückt ergeben die maximale Verlängerung des Instrumentes auf drei Ganztöne dasselbe gilt wenn du versuchst die Töne vom C2 runter zum G1 aufzufüllen den ersten Halbton macht wiederum das zweite Ventil in diesem Fall würde auch die Griffkombination erstes und drittes Ventil funktionieren dieser sogenannte Hilfsgriff ist dann aber vom Abstand des nächst höheren Naturtones E2 gerechnet der Abstand vom E2 zum H1 beträgt zwei Ganztöne und einen Halbton das Beherrschen der chromatischen Tonleiter und das Bewusstmachen von Halb- und Ganztönen hilft dir später auch wenn du zum Beispiel für eine Prüfung in Österreich sinnlos Moltonleitern auswendig lernen musst du kannst jede Moltonleiter ohne sie je geübt zu haben spielen wenn du weißt dass diese aus einer Reihe von Ganztönen besteht und du nur zwischen dem zweiten und dritten Ton beziehungsweise zwischen dem fünften und sechsten Ton einen Halbton einbauen musst oder du spielst die Durtonleiter mit denselben Vorzeichen die du im Beesbook gelernt hast startest aber beim sechsten Ton durch diese Methode verschwendest du keine sinnlose Übezeit und kannst dich auf das Musikmachen konzentrieren zu spielst du von